Hallo ihr Süßen! So, ich möchte ein bisschen blabbern mit euch. Und zwar sind so ein paar Dinge passiert und möchte ich euch nochmal was erzählen. Auf jeden Fall werde ich jetzt in den nächsten Tagen wieder eher weniger Videos hochladen, weil mein Freund ja wieder immer, also der kommt ja immer am Wochenende und deswegen lade ich am Wochenende eher weniger Videos hoch, weil wir halt viel mehr Zeit verbringen zusammen. Und so bin ich ja alleine zu Hause und habe natürlich viel, viel Zeit. Dann wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte die Teilnahmebedingungen wirklich einhaltet, weil jetzt ist ein Problem aufgetreten. Und zwar hatte ich ja vorher die Verlosung für die Abonnenten und habe eben so ein paar Sachen verlost und habe eben schon gesagt, und das macht ihr bitte bei dem Gewinnspiel jetzt auch, dass ich vielleicht ein paar Sachen vergesse und ihr dann bitte in die Infobox schauen soll. Und ich habe unten in die Infobox reingeschrieben, auch beim letzten Gewinnspiel, dass es auch nur in Deutschland gilt. Also nur die Leute, die in Deutschland wohnen, ich versende nur nach Deutschland. Und die Gewinnerin von der letzten Verlosung war natürlich aus Österreich. Ich möchte halt einfach nicht ins Ausland schicken. Ich möchte es halt einfach nicht. Und deswegen hoffe ich auch, dass sie das irgendwie akzeptiert. Ja, und deswegen habe ich jetzt ein kleines Problem, weil ich es jetzt ihr nicht zuschicken kann, weil sie ja eigentlich dagegen verstoßen hat, sage ich mal in dem Sinn. Und jetzt habe ich natürlich, ihr gesagt, dass ich ihr die Sachen natürlich nicht zuschicke, weil ich dann einfach, wie gesagt, mich nicht ins Ausland schicken möchte. Und jetzt habe ich hier die ganzen Produkte noch, die ich ja eigentlich zusenden wollte. Jetzt werde ich es wahrscheinlich so machen. Ich werde ja sowieso zwei Päckchen machen bei meiner 1000-Abonnenten-Verlosung oder 1500 mal gucken. Und da werde ich jetzt zwei Päckchen machen, wie gesagt. Das andere Päckchen muss ich noch ein bisschen einkaufen. Und das andere Päckchen wird dann bei der anderen Verlosung die ganzen Produkte sein, weil da sind ja auch sehr, sehr schöne Sachen dabei. So werde ich das jetzt auf jeden Fall machen. Also beachtet bitte, dass ihr in die Infobox guckt und wirklich alles, ja, alles, wie soll ich das sagen? Oh Gott, dass ihr halt alles beachtet einfach. Und, ja, weil ich möchte nicht schon wieder eine Gewinnerin auslösen und dann kommt schon wieder, dass sie in Österreich oder keine Ahnung wo wohnt. Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Dann, was wollte ich noch sagen? Ja, genau, das mit dem Genie-Link, weil viele sagen, ja, was ist denn das? Und keine Ahnung, also Genie habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Da gibt es auch ein Video zu Genie. Das verlinke ich euch mal hier. Wenn ihr da auf diesen Genie-Link draufklickt, dann bekomme ich eben Genz. Und Genz sind auf dieser Seite Geld. Und da darf ich mir eben was wünschen auf dieser Seite. Und ich wünsche mir eben ein Shampoo, das ich schon sehr, sehr lange haben will, aber einfach zu geizig bin, mir es zu kaufen, was einfach sehr, sehr teuer ist. Und das wünsche ich mir ja eben. Und wenn ihr dann immer auf den Genie-Link klickt, dann kann ich mir den Wunsch dann bald erfüllen. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn ihr da draufklickt. Und deswegen sage ich das auch immer so häufig, dass ihr bitte auf den Genie-Link klicken sollt. Und ja, habe ich noch sonst was? Genau, da wollte ich mich noch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass es jetzt schon über 600 Abonnenten sind. Hätte ich nie gedacht. Ich bin jetzt ja schon seit, ja gut, glaube ich, eineinhalb Jahren oder zwei Jahre schon fast bei YouTube. Und am Anfang war das ja so, dass ich echt wenig Abonnenten hatte. Und jetzt in den letzten zwei, drei Monaten, wo ich jetzt so viel Zeit da investiert habe und mühe, sind die Abonnentenzahlen so hoch geschossen. Und ich freue mich wirklich über jeden neuen Abonnenten und höpfe in der Wohnung rum, wenn ich sehe, dass es anstatt 634, 635 Abonnenten sind. Weil ich mich sehr, sehr freue, dass ihr mich so auch so unterstützt. Also ihr schreibt auch immer so liebe Kommentare und Nachrichten. Und seid alle so lieb da draußen. Und wie gesagt, das bedeutet mir so viel, dass ihr so nett seid und so fleißig immer Kommentare schreibt. Und deswegen mache ich natürlich immer die Verlosungen. Weil ich mich natürlich auch irgendwie bei euch bedanken will, dass ihr mich auch so zahlreich, wie gesagt, unterstützt. Ja, das wollte ich auf jeden Fall auch noch dazu sagen. Und ihr könnt ruhig Video-Wünsche äußern. Also schreibt doch mal Video-Wünsche unten in die Kommentare rein. Ähm, ja, die Schminksammlung, ähm, da habe ich schon ein Video drüber gemacht. Äh, weil jetzt mich einer gefragt hat, ob ich die Schminksammlung machen, äh, meine Schminksammlung zeigen könnte. Und das habe ich ja schon getan. Ähm, ja, das Video verlinke ich dir mal in die Infobox, wenn du es, äh, also meine Schminksammlung und so Aufbewahrungsmöglichkeiten. Ja, und wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Video-Wünsche habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann mache ich das gerne. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich werde auf jeden Fall, denke ich, mal noch ein Video oder so drehen. Ähm, aber auf jeden Fall nicht mehr 2-3 am Tag oder 2-3 am Wochenende. Und, ja, ich wünsche euch wirklich ein wunderschönes Wochenende. Und danke, dass ihr mich so zahlreich unterstützt. Ähm, ich habe euch echt lieb da draußen. Wirklich alle, ihr seid echt super, super nett. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das sage ich jetzt, äh, tschüss und bis zum nächsten Video.